Wegen Hildrud Kneuer ist heute ein deutsch sprechender Imam gekommen, zusammen mit Gemeindevorsteher Ahmed Yazici. Wie ist Ihre Meinung dazu? Darf meine Tochter am Schwimmen teilnehmen? Darf meine Tochter zur Klassenfahrt mitkommen? Darf meine Tochter zum Ausflug mitkommen? Es gibt tatsächlich zum Beispiel bei erwachsenen jungen Mädchen, dass sie nicht gemischt baden gehen. Da wird eben kein Imam helfen können. Die Schwimmhalle ist natürlich nicht nur für unsere Schule da, sondern auch für andere Schulen. Und meist sind es drei, vier Schulen gleichzeitig in der Schwimmhalle. Sie sind ja eine Schule, wo ich weiß, wo sehr, sehr viele Muslime bei Ihnen sind. Und da kann man vielleicht mal nachmittags etwas anbieten. Da müssen wir sehen, was machbar ist. Ein anderes Problem, was man ansprechen muss, ist natürlich das Problem der Ernährung. So, bekommt mein Kind dort vielleicht Schweinefleisch oder Fleisch, das überhaupt nicht islamisch geschächtet wurde? Das ist sehr unbegründet, denn wir haben immer abgeklärt, in jeder Unterkunft, dass es kein Schweinefleisch gibt, auf keinen Fall. Dass es auch vegetarisches Essen gibt. Nein, das ist aber auch nicht alles. Wir wollen nach islamischem Ritus geschächtetes Fleisch haben. Ob es nur Schweinefleisch ist oder Rindfleisch ist, was nicht geschächtet ist, ist in der gleichen Kategorie für die USA. Dass eine kleine Minderheit den Lehrplan der Schule verändern, immer mehr Islamisierung durchsetzen will, hält der Gemeindevorsteher für sein gutes Recht. Das Grundgesetz, das ist für uns Gesetz als deutscher Staatsbürger. Aber die Verordnungen und Lehrpläne, die sind verhandelbar und wir wollen sie verhandeln. Die Schulleiterin hat noch ein Anliegen. Es ist im Moment ganz klar zu sehen, dass die Männer, sage ich mal, und die jungen Männer, das Leben aller Mädchen, aller jungen Frauen, ob es in Schule ist oder im Stadtteil ist, bestimmen. Hier läuft es anders. Hier ist eine Gleichberechtigung. Hier kann ich nicht das leben, was ich vielleicht traditionell mitgebracht habe, diese Hierarchie. Die Vater, Bruder, richtig, genau das Patriarchat, das funktioniert hier nicht bei uns. Und da muss von unserer Seite aus und von ihrer Seite, denke ich, auf die Eltern eingewirkt werden. Dass wir aber in dem türkischen Kulturkreis mehr mit einem Patriarchat zu tun haben, dürfte ihnen nicht entgangen sein. Nach Meinung des Gemeindevorstehers ist Deutschland ein prima Land. Hier nimmt man Rücksicht auf islamische Werte und Gebräuche, etwa das Kopftuch, das in der Türkei in der Schule verboten ist. Deutschland ist das islamischste Land, was ich kenne übrigens. Ja, so bin ich ja verblüfft. Das will ich auch. Hier kann ich meine Religion besser ausleben als in der Türkei oder im Iran oder in Saudi-Arab. Ja, so bin ich ja verblüfft.